Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Paradiesvögel-Horn-Tour bei Fiesta Online. Oh man, ist ja schon eine interessante Folge. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich stehen wir einfach nur 20 Minuten rum und du hast deinen Lachflash. Wahrscheinlich. Hier, Elton John, jetzt komm. Warte, ich nehm hier grad ein paar Quests an. Könntest du mal aufhören, hier in die Gruppe zu laufen? Ich muss hier die Gruppe einladen. Achso, ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Ah, schön. Apropos Quests, äh, genau. Ein böser Traum? Ja, du musst mir sagen, was gemacht werden muss. Äh, Spider 8. Ja. Ja. Äh. Achja, das ist doch die unsere Ewigkeiten, bis die mal hier ne Quest annehmen. Oh. So, dann, ähm. Andi, da ist so ein Kristall davor, das eher nicht, ne? Ja, ich weiß nicht, was es für ne Quest ist. Äh, riesige Verschwörung. Abgeben bei Stadtmeister Romenus. Romenus. Ja, dann wahrscheinlich, äh, ja, denke ich mal. Okay, äh, oh. Turm von Oesl, 12. Etage. Ja, das ist keine Frage. Grabfuchs. Ja. Ein wilder Ödlandwolf und, ja. Wir sind ja direkt beim Turm. Ja, ich weiß. So, was haben wir denn noch? Rüstung für den Hohen Priester. Geheiligte Schuhe, geheiligter Helm, geheiligte Hose, geheiligtes Hemd. Äh. Rüstung für angehende Priester. Das muss ich mir wahrscheinlich kaufen, ne? Und dann ist die Quest, oder? Ja, aber ich glaube, die Rüstung ist nicht teuer. Okay, ja. Warum habe ich mir eigentlich Sachen gekauft? Ich habe hier noch so viel. Ja. Ich habe noch unendlich viele Flügel. Ich habe noch unendlich viele Kostüme. Äh, Fledermaus, Schwandchen, 5. Ja. Warum habe ich mir was gekauft? Ich habe doch noch so viel. Das stimmt. Ich habe ein Kaufproblem. So. Bei Fiesta Online habe ich ein Kaufproblem. Ja, von jetzt können wir nochmal in den Türmen. Ja, warte mal. Wir stehen gerade, äh. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da überhaupt vorn kamen, aber ja. Ja. Können wir gerne tun. Ja. Warte kurz. Gott, diese ellenlös langen Dialoge. Wozu? Weil die eine Quest konnte ich schon direkt abgeben, wo ich sie da angenommen hatte. Tom von Oesel betreten. Sehe ich Panne aus, ey. Weißt du, sonst habe ich immer so richtig hübsche und schicke Charaktere. Und jetzt? Guck mich an. Ja, irgendwann kann man das nicht mehr. Jetzt muss ich mich einmal hier wieder in meinen Charakter wieder neu einfinden. Wir haben ewig. Wir haben ewig. Ja, wir haben ewig keinen. Habe ich noch einen anderen Flächenangriff? Ne. Noch nicht. So weit sind wir mit dem Charakter noch nicht. Nö. Ach ja. Schön. Du kleiner Paradiesvogel. Ja. Aber gut. Ich sehe auch nicht besser aus. Naja, du hast aber keinen Schuss. Keine Brüderflase. Ne. Und nicht diese sexy Brille. Ne. Ich bin jetzt auch nicht traurig drunken. Dass ich das alles nicht habe. Ach so, warte mal. Jo. Einen kleinen Buff kann ich uns ergeben. Ein Buff. Wenn ich sonst schon nicht kann. Fürs Buffen bist du ja bald zuständig. Ja. Ja. Mal sehen. Ich möchte heute zumindest auf Stufe 40 kommen. Es sind drei Level. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Soll ich dich als Meister einladen? Wieso du mich? Kann ich als Meister einladen? Ja, aber wieso du mich? Ja, ich lade dich doch ein. Ja, aber... Wieso du mich? Ja, ich hab's verstanden. Ah, doch. Stimmt. Dann bin ich in der Meister. Ja, mach. Ja, das mach ich doch die ganze Zeit. Dann profizierst du das. Ja, ja, ja. Ähm. Okay. Du wurdest als Radarilas Leerding anzugefügt. Dass du das freiwillig machst. Das kann ja nichts werden. Ja, ich dachte mir, komm, heute ist alles bunt. Heute ist alles bunt. Da geht das schon. Trifft mich das Viech überhaupt? Ich glaube nicht. Guck auch die ganze Zeit auf deine HP wegen Hallen, aber irgendwie. Aber irgendwie, ne? Da passiert irgendwie gar nichts. Passiert da nichts, genau. Ich bin unbesiegbar. Ich bin Warta. Warta. Ja, ja, gut. Es bildet dir aber nicht ein, dass du den Turm durchrennen kannst. Nicht, dass du dann vorm Gegner stehst und du machst dann, nein, du kannst mich gar nicht schlagen. Der stupft sich weg. Pfft tot. Hoppla. Das ist dann da schief gelaufen. Ich dachte, ich werde unbesiegbar. Aber ich bin doch Sparta. Ja. Dann nicht mehr. Ja. Ah, schön. Ja, diese komische Statue. Herrlich. Ja, lange ist es her, dass wir Fiesta aufgenommen haben. Das stimmt. Aber jetzt war auch wirklich wieder kurz vor knapp. Ich hatte nämlich null Parts mehr. Kurz vor knapp ich. Ja, kurz vor knapp ich. Ja, kurz vor knapp ich. Ja. Huch. Was ist das? Na doch, Schaden nehme ich. Hallo, heilst du sie mal? Oh. Du musst mich herrschicken. Hab ich. Was mache ich denn hier? Also noch die richtige Taste drücken. Ja, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oh, ich habe hier eine Fähigkeit, die ich noch gar nicht reingepackt habe. Oh, was denn? Äh, vermindert sie das Akro Level des Zaubernden. Das, das bringen soll, weiß ich zwar nicht, aber. Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Hier fallen schon mal irgendwie die Fliegen. Nein. Der hier auch gleich. Nein. Bzw. Ich halte dich. Es ist ja auch sowas ähnliches. Ja, ich bin gerade gestern. Nicht schlimm. Jetzt. Darf du nicht vergessen, dich selbst zu heilen. Jo. Kriegen wir doch hin. Das ist ein Hightech-Nehmann-Kostüm. Nee, ja nicht. Mhm. Aber jetzt mal den Krempel, wenigstens mal los. Ich habe noch genug anderen Krempel in meinem Inventar. Ich meine, das ist ja noch von Weihnachten. Naja. Bestimmt. Oh, Lev Lupe. Von den Adventskalender-Dingern. Ja, genau. Stimmt. Advent. Welche Date musst du eigentlich? Äh, zwölfte. Ah, sind wir ja fast. Okay, jetzt sagt er hier fertig. Ja, wahrscheinlich, weil wir hier fertig sind. Wir sind in der zwölften. Ach so, wir sind in der zwölften. Ja, warte, dann gebe ich die eben ab. Ja. So. Schade, ich mache diese Özel-Dinger eigentlich gerne. Oh. Turm von Özel 13-Tetage. Soll ich schnell annehmen? Ja. Unbedingt. Zombie des Turms. Wäre sinnvoll. 13 Sinnvergleich. Zombie des Turms. Ah, okay, wir waren elf. Das ist ja jetzt zwölf. Und jetzt kommt dreize... Äh, also jetzt kommt zwölf und dann kommt dreizehn. Ah ja, stimmt. Zwölf. FFC-Wölf. Ne, Fiesta zwölf. Hallöchen. Die brauche ich. Die brauche ich ja schon. Ja, ich weiß. Das ist ja coole Sache, das. Boah, ich... Wenn ich meine zweite Flächen... ...in größer Tag habe. Von die dann alle von dir. Ja, guck mal, kann ich direkt wieder abgeben. Ja, das läuft! Das läuft! Äh... Ja. Die Nummer 13. Ach, der Gift... Golem. Golem? Ja, ne? Noch nicht so schwer, aber schon... ...knackig. Knackig. Ich würde abhauen. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Boah! Ja. Boah! Boah! Boah, boah! 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 du nicht aufhören mich zu heilen? Das habe ich nicht vor. Ich habe schon, aber die aktuell höchste Stufe, also diese Geschwindigkeit da, dass ich das schnell wieder... eigentlich dauert es auch nicht lange, aber wenn man zu einer Zeit gerade knappig ist, dann... Ja, zu Not kann ich ja immer noch zwischenheilen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Genau wie da jetzt. Okay, ich bin tot. Okay, ich auch. Ja, dann machen wir das später, zu einem anderen Zeitpunkt. Würde ich sagen. Ja. Dem schließe ich mich an. Ah, scheiße sind alle... das ist ja klar. Ich muss nachher auf jeden Fall dann noch... Schriftrollen. Ja, wieder Schriftrollen erstellen. Ja, ich habe nämlich auch nicht mehr so viele. Ja, ich musste halt auch allein deswegen, um so endlich mal auf Stufe 2 zu kriegen. Ich habe ja hier immer noch Tier 1. Hm, na ja. Deswegen... wäre das vielleicht mal vonnöten. Oh, ich habe mir gemerkt, wie man das Charaktermenü öffnet. Das ist erstaunlich. Das ist, äh... Uh. Ja, um Stufe 2 zu machen, müsste ich tausend Punkte erreichen. Okay. Ich bin bei 432. Das heißt, ich werde mir nachher mal... Flux rein setzen zwischen den Parts. Flux? Flux. So, da guckst du jetzt einmal, wo du die meisten Aufträge noch hast. Offenen. Das tue ich nämlich jetzt auch einmal. Ach du, das sind, äh... Okay, düsterer Durchgang muss ich auf jeden Fall. Ah, Mondscheingrab wieder. Grab im Rebstock. Okay, ich weiß, wo ich so hin muss. Warte, ich gucke sofort. Ähm, wo müssen wir denn hier hin? Pulsarenkammer? Hm. Ja gut, das muss ich kaufen. Gut, was in der Pulsarenkammer? Es kann wahrscheinlich auch ein Mondscheingrab geholt werden. Ja, ja, zeigt er mir grad an. Okay. Mondscheingrab würde auch gehen. Mondscheingrab. Ach, was ich gerade vergessen hab. Pulsarenkammer, du da wegen dem Erzmagierbuch. Äh... Er... Er... Kermermi... Äh... Sannig Hügel müde dich auch mal. Mhm. Ja, äh... Einmal... Buch der Gier. Ich muss eine Mara kaputt machen. Ah, nochmal Mara. Ja. Also wenn wir im Mondscheingrab können wir erstmal das meiste überlegen haben. Okay. Ähm... Ab aufs Karnickel. Ne, hast du noch... Äh... eine Schriftrolle nach L drin? Ähm... Moment. Sonst kann ich dir auch welche geben. Ja, hab ich noch 14 Stück von. Okay, ich habe 23. Aber einmal nach L drin. Ja, bin ich. Und dann reizt hier. Achso, und einmal gucken, ob wir neue Steine benötigen. Uh, was ist das denn hier? Wie. Ja, ja, das sieht ja cool aus. ich wollte doch nur schaffst du komm du schaffst das sagt das nicht die das häschen er ist auch so kacke was kommt da hinten hin ich wusste was sage ich denn da so ein schiebe das ist überall rumfummeln könnte man auch abstrakte kunst am ist kacke verdammt und zwar jetzt ja das war ja blöd ist ja nicht schlimm wenn es nicht jemand macht das schon hast du irgendjemandem nicht gerade sehr viel arbeit gemacht aber naja oh man jetzt habe ich das andere da ja weggemacht voll confused ja aber alter scheiße er fehl oh hast du doch geschafft ne ich weiß nicht das geilste ist bei mir steht aktuelle lefsteine 157 ich kann aber maxima maximum 121 tragen ok was ist denn da schon wieder kaputt wo kann ich hier eigentlich diese was ich für meine also diese quest für die rüstung ja dann müssen wir wieder komplett zurücklaufen also noch mal das ding hier machen nein warum ich mach das hier das ist einfach hier ich weiß nicht ob das hier kaufen kannst du da in der anderen stadt ja wie heißen das auch mal geheiligte schuhe blablabla okay wie gesagt ich weiß ja ob du es genau da kommen kannst aber wo ich muss das mal jetzt schaffen mit einem charakter ich meine mich mal jeden tag anzumelden weil ich meine alle errungenschaften also alle belohnung haben möchte für einen monat ne hier kann es nicht kaufen okay dann kannst du es nur in der allerersten stadt kaufen was war das denn das war die vorbereitung auf ein mieser ach du grünen und kann man das auch noch machen das irgendwie was besonderes oder so ein event keine ahnung ja das ist ein event ein event das nennt man ein event das hätte mir gleich vielleicht noch mal meine dings rennen weil dann alle umster und so vitalität habe ich nur noch eine zeit da wollte ich auf jeden fall noch welche ich mache dir nachher welche das finde ich sehr gut sobald wir hier aus dem monschein grad fertig sind ja das finde ich sehr nett komme ich von hier auch eigentlich windige höhe düsterer durchgang ja okay komme ich wo bist du denn ich bin direkt vor dir oh scheiße höh auf blende fisch jetzt blende fisch doch blende fisch hallo fisch guck mal bitte automatisch schau dich jetzt zu mir jetzt macht sie wieder ihren hyperdimension angriff also lass mich dich einmal anklicken ja dann damit du auch mal was nützliches tun kannst du ich kann mich wieder auslogen das ist kein problem das hat sich die scheffe noch nicht erlaubt aber ich könnte du könntest aber das jetzt harte arbeit was wir hier tun ja du ich mache ja nichts doch du heizt mich ach so ja stimmt ich bin schon ja das mit den spinnen weil das waren das die spinnen ja das bei das habe ich ja machen wir erst mal ein paar ach genau die schlittermäuse brauche ich ja die brauche ich gar nicht oder nachher ja da habe ich also von den feldermaus schweinchen habe ich erst eine von fünf ja die werden wir öfters mal ja das wäre nee das sind die normalen feldermauses also fleermaus schweinchen taucht irgendwann mal wieder auf aber die sehen auch aus wie so ein feldermaus schweinchen ja die sehen doch alle genau gleich aus weißt du alle sterben nur diese einen spinnen nicht die will nicht die wollte wirklich nicht wie weit bist du bei ff 14 ich glaube ich bin jetzt level 33 habe gestern wieder ein bisschen mit luna gemacht ja die letztens auch im chat war luna nico irgendwas ja genau ich war mal bei dir und bei ihr auf dem kanal aber das sind gar keine videos ja das hat sie nicht eingestellt ach so sieht man das nur wenn sie dann quasi live ist oder wie sie sieht also man sieht sie nur wenn sie live ist ja ist sie und ja ich habe sie bei mir eingestellt dass man die die view die sehen darf kann warum auch nicht ja das wird also wird ja quasi gesagt bei mir wird es nach 60 tagen ok gelöscht weil ich einmal so ein prime habe deswegen sind bei mir die view die ich so lange also ich habe die view die so lange eingestellt wie zum beispiel ein partner auf twitch die eingestellt sind ich hätte okay nur dadurch dass ich halt amazon prime mitglied bin ansonsten ginge das nicht ansonsten sind es ne 14 tage aber für mich oder mir kommt es zugute dass ich amazon prime habe weil so habe ich genug zeit meine views runterzuladen naja klar mir wird auch öfter mal angezeigt dass ich irgendwie prime gaming oder so testen kann was ist das eigentlich prime gaming ist automatisch wenn du amazon prime hast dann kannst du loot für bestimmte games bekommen okay dann ist das alles kompliziert ich habe es schon gesehen keine panik alles gut ich hoffe nur mein debuff ist hier bald weg ach jo warte mal warte mal ich glaube ich habe doch kann ich nicht ich weiß nicht ob du das schon kannst das ist zwar ah nee was hebt das denn auch ach gift und krankheiten ja den habe ich gerade auch geguckt bei mir aber ob ich dagegen tränke habe dann kann ich es leider noch nicht ne das kannst du glaube ich erst mit stufe 40 aber 4 minuten ok warte mal reittier fledermaus schweinchen machen wir dann so nebenbei aber ich muss hier irgendwie mal vorankommen ja ja klar weil das sind 45% weniger geschwindigkeit da ist ein fledermaus schweinchen wilder impidimpi impidimpi drei minuten noch boah naja dafür bin ich bei stufe 38 aber wo ich hier gleich mal gucke beenden wir einmal ganz kurz den part sind nämlich 27 minuten und ja und wir sehen uns hier gleich wieder also ciao tschüss